Mitwisser gesucht. Bei So is es lüften wir Geheimnisse des Alltags. Und Sie sollen es ruhig wissen. Warum fallen Marmeladenbrote immer auf die bestrichene Seite? Welchen Sinn haben die Stangen am Rad? Und warum spinnt die Computertastatur? Fragen über Fragen. Als erstes fragen wir Sie. Ja, Sie! Jetzt erklären Sie doch mal. Europanorm, äh, hier in Sachen 1 Liter. Äh, edler Saft. 250 Gramm eventuell. Es gibt drei mögliche Antworten, aber nur eine davon ist auch die richtige. Und damit wir nicht im Trüben fischen und Sie mit Ihren Antworten alleine lassen müssen, haben wir für jedes Thema einen passenden Experten. Sie erklären uns, was, warum, richtig oder falsch ist. Also diese Antwort ist klar falsch. Guter Gedanke. Bingo. Die Antwort ist richtig. Auflösung ist garantiert. Und jede Menge Aha-Effekte. Bis morgen. Denn beim ARD-Buffet tischen wir täglich eine neue Alltagsfrage auf. So ist es.